Ich nehme Sie jetzt mal mit hinter die Kulissen. Wir schauen schon mal in den Raum, denn da darf noch keiner rein, außer wir. Im Hintergrund sieht man, dass da noch ein bisschen besprochen wird. Wir hatten gerade natürlich Soundcheck-Technikprobe. Das ist ganz wichtig, dass hier nachher alles rund läuft. Also für die Gäste, für die feierliche Verleihung ist hier schon alles vorbereitet und wir sind gespannt, wer heute Abend hier diese Preise abräumt. Und wir beginnen gleich mit einem sehr, sehr spannenden Thema, wie Sie mit Ethik und Anstand Menschen gewinnen. Und das finde ich jetzt gerade in der heutigen Zeit ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich freue mich sehr, dass er heute persönlich hier sein kann. Es geht darum, dass es wirklich um Führung, um Persönlichkeit geht, ohne Psychotricks, ohne Fallstricke. Bitte begrüßen Sie mit einem riesengroßen Applaus. Hier ist Dr. Frank Hagenow. Mit dabei die beiden Moderatoren Mick Knauf und Margit Lieberts. Also ich glaube, das Spannende daran ist eben auch, die Menschen ranzuführen, an dieses Thema investieren. Wo, wie, mit Aktien oder mit anderen Möglichkeiten. Bei wem kann ich mich informieren? Also warum lohnt es sich wirklich, diesen Weg zu gehen? Und ich glaube, da haben viele Menschen einfach Berührungsängste oder sorgen sich vielleicht auch, ich gehe den ganzen Tag in so eine Veranstaltung und höre ich mir viele Vorträge an und weiß am Ende doch nichts. Und heute ist halt eine gute Gelegenheit, Impulse mitzubekommen von den Experten. Auch die sind ja den Abend über da. Also wir haben die Gelegenheit, auch mit allen ins Gespräch zu kommen und ein bisschen aufgelockert durch fantastisches Essen, gute Weine, das Ambiente hier im Palmgarten mit hervorragender Livemusik, um wirklich die Menschen so spielerisch und genussvoll ranzuführen, an dieses Thema investieren. Das Jahr 2019 neigt sich langsam dem Ende. Und die Menschen fangen an, sich Gedanken zu machen, wie 2020 wohl werden wird. Beruflich, privat, familiär, finanziell. Und natürlich können wir uns Anregungen und Ideen in Zeitschriften holen. Es gibt natürlich das große Jahreshoroskop oder auch Monatshoroskope. Aber viel besser ist es doch, wenn wir einen Experten befragen. Und den habe ich heute im Studio. Was er genau macht und warum das hilfreich ist und grandios spannend, das erkläre ich gleich. Erstmal herzlich willkommen beim Menschen mit Profil. Erfolg ist nicht das Ziel, sondern der Weg. Und Ihr Weg hat Sie heute hier in dieses wundervolle Hotel nach Augsburg geführt. Denn Sie haben Erfolg. Sie dürfen heute Abend feiern. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen zu den IT Awards 2019 hier in Augsburg. Also nur zufriedene Stimmen. Das ist doch wunderbar. So soll es sein. Ich bin sowieso schon längst überzeugt und finde es lecker. Und dann hilft es auch noch. Das ist doch das Beste, was passieren kann. Herr Schumacher, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute für uns hier waren. Das war die letzte Nachrichten von TESCAN. Tomorrow this place will be packed with musicians and other interested guests looking out for the latest products and news from manufacturers. Nur einer wird heute diesen Traumpreis mit nach Hause nehmen. Da drüben stehen Sie schon. Ich weiß nicht, ob Sie sie schon gesehen haben. Die Award. Aber gleich wird der erste Award mit dem Preisträger auf die Bühne geholt. Das geht jetzt gleich los mit dem Konzert. Wie ist das für dich nach zehn Jahren auf der Bühne? Bist du immer noch nervös davor? Oder ist das so langsam auch Routine für dich? Ich bin eigentlich immer nervös. Ich glaube, wir müssen uns jetzt auch von dir verabschieden. Aber Abschied nehmen heißt, dass man sich wiedersehen kann. Das heißt, wir kommen gleich zum Konzert. Vielen Dank für deine Zeit und alles Gute für euch und für eure weitere Zukunft. Vielen Dank. Dankeschön. Für unsere Zuschauer, die jetzt das Video gucken und vielleicht auch hoffentlich das ganze Video schon gesehen haben, zum Abschluss auf den Punkt gebracht. Was ist der Tipp, wenn es nur einen Tipp geben soll? Nur einen einzigen. Was ist der Tipp? Geben Sie nie auf. Geben Sie nie auf. Man muss Ausdauer und Beharrlichkeit entwickeln und harte, harte Arbeit für eine lange, lange Zeit, um erfolgreich zu sein. Aber das Fundament ist, es geben Sie nie auf. Viel Erfolg bei Ihren Businesses, was auch immer Sie machen und nie aufgeben. Bleiben Sie dran. Und seid auf jeden Fall nächstes Mal wieder dabei, wenn es hier heißt Menschen mit Profil. Ich freue mich auf euch. Ja, das waren die IT Awards 2019 mit vielen glücklichen Gewinnerinnen und Gewinnern. Es war ein fulminanter Abend, eine wunderbare Mischung aus Awardverleihung, Show, Act, tollen Rednern und natürlich auch kulinarischen Höchstgenissen. Ich kann nur sagen, ich freue mich jetzt auf einen gemütlichen Ausklang an der Bar. Es geht natürlich auch um Netzwerken und Gespräche führen in aller Ruhe. Und nächstes Jahr geht es hoffentlich so weiter. Bis dann. Alles Gute. Ciao. 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 Ciao.